Yo Leute, ich begrüße euch zurück zu Red Faction Armageddon und wir haben ja beim letzten Mal schon angefangen, vor Hale abzuhauen und sind ja dann leider, leider gescheitert. Also ich muss ja sagen, äh, ich hab eigentlich fest damit gerechnet, dass wir es schaffen oder geschafft haben. Aber es war ja wohl doch nicht so und, ähm, naja, das musste ich dann in dem spüren, dass ich halt die Mission verkackt habe. Aber ich hab ein gutes Gefühl, wobei ich ein bisschen Schiss habe, dass mir vielleicht der Speicher ausgeht während der Aufnahme, aber ich hoffe mal nicht. Ich glaube, es sollte reichen, um jetzt noch hier so eine, um noch ein Part aufzunehmen. Dafür sollte es auf jeden Fall noch reichen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und ich hoffe mal, scheiß, ich hab vergessen den Timer zu starten. Egal, nicht so schlimm. Und jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt kommt gleich der Fatzke wieder. Da kommt da her. Ach, so. Das würde natürlich erklären, warum hier überall diese Elektropacks stehen. Und warum explodieren die manchmal nicht? Das finde ich ziemlich assi. Ah, nächste Tür. Ah, okay, das war so ein kleines, so. Okay, komm, wir erschrecken den jetzt nochmal. Wir haben es aber scheinbar geschafft. Sam, woher ist das Kart, der uns geht? Die Tracks enden nicht weit vom Tempel-Entrance. Töne den Tag, erzähl sie, dass wir uns da haben. Wir sollten uns jetzt sicher sein. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört. Ich musste gerade mal tierisch gähnen, weil ich schon ein bisschen müde bin um fast 2 Uhr. Aber ich musste jetzt auch tatsächlich noch ein Part aufnehmen. Ich konnte ja jetzt nicht hier einfach so abschließen mit so einem... Ja, ich weiß ja auch nicht. So einem Fastabschluss. Also ich hab mal nachgeguckt. Ich bin tatsächlich 1 zu 1 da, wo der Typ beim Let's Play war, wo ich mir das Let's Play angeguckt hab. Beziehungsweise wo ich geguckt hab, wie viele Parts da sind. Genau dieses... Genau wie bei dem Let's Play an diesem Part oder an diesem Punkt bin ich jetzt mit dem 19. Part. Finde ich lustig. Das zeigt einfach mal, dass auch andere mehr oder weniger spielen wie ich. Oder ich spiele wie andere, könnte man ja auch sagen. Bam! Alter, das ist ja auch krass. Oh, oh. Die Druckwelle ganz vergessen. Oh, oh. Und das ist total dunkel. Ich hoffe mal, ihr seht mal was. Crisis averted. Darius, where are you? What the hell's going on? Hale's tearing the place apart. I think I lost them, but we need it. No! Kara? Kara! Connection terminated. Sam, get her back. Unable to reestablish contact. God damn! We've got to get out of here. Why is the door not opening? The power supplies have been damaged. Ach, komm. Ah, Moment. Granate. Okay. Ja, die Dinger sind praktisch, muss man mal so sagen. Und tschüss. Oh, ich habe aber so ein Gefühl, dass... Ich wusste es. Hale kommt wieder. Hat mich das irgendwie gewundert? Ich glaube eher nicht. Aber jetzt ist das Problem, wie soll ich das fertig bringen? Ah, gut. Hier kommt er nicht hin. Aber der kann das doch jetzt einfach kaputt machen. Hä, wo geht er denn jetzt hin? Genau. Guckt euch den an. Der läuft an der Wand. Weil er einfach Lust drauf hat. Richtig chilliger Typ. Ich muss sagen... Was? Endstation. Noch langsamer vielleicht? Wäre ja Quatsch, wenn der jetzt tot ist, weil Hale ist ja der ganz, ganz böse in dem Spiel. Und warum sollte der ganz, ganz böse Endgegner jetzt schon down sein, ne? Also, das ist sinnlos. Außer natürlich, der Endkampf würde auf die Aliens hinauslaufen. Was ich persönlich ziemlich lame finden würde, aber... Ich habe auch... Genau das habe ich mir schon gedacht. Und ich habe mir auch gedacht, dass genau sowas jetzt passiert. Da vorne ist eine Türe. Ab geht er. Er muss es natürlich kaputt machen. Ach nein. Shit. Cutscene. Wow. 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 Wieso? Was ist denn mit dir los? Bleib doch mal stehen. Was soll ich denn jetzt machen? Bereit machen, das Kraftwerk auf Hales stürzen zu lassen. Oh, das ist doch wahrscheinlich, wa? Haha. Du. Du denkst wirklich, du kannst gewinnen? Und tschüss, Junge. Wie soll ich das Kraftwerk aufhören? Die Kraftwerkstattung ist auf dem Pfeil. Ich habe eine Idee. Hä? Ich hätte doch gar nicht weitergehen können. Was soll ich denn hier machen? Verstehe ich nicht. Darius, die Locker-Schilde sind runter. Gut. Weil ich das enden kann. Haha. Du. Okay, lass mich weiter. Ah, ich verstehe. Das ist so ein Stationsrennen. Ich muss jetzt ganz schnell hier hin. Und wenn er jetzt dann hinter mir herkommt. Scheiße. Verkackt. Das war verkackt. Ah, doch noch nicht. Weiter, 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 weiter. Oh, 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 oh. Du wirst deinen Mustach verwirrt? Oder wirst du einen Kampf aufhören? Oh, 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 oh. Das Ding ist ganz schön schnell. Jetzt aber. Wieso ist er nicht down? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Das bringt doch gar nix. Nein, scheiße. Geh weg. Not is over, my friend. I make you finish, Bastard. Okay, geschafft. Oh. It is unlikely. These doors are jammed. Darius. Scanners indicate. A pressure plate hidden lock. What should I look for? Cover. Stand. Exit strategy. One more. Calculations home. What? Our drive is here. Oh. 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 You are so easy to find. Just listen for the gunshots. I didn't expect to see you again. You don't get off that easy. Get in. Alter. Hammerhardt. Was ist jetzt los? Oh, guck. Ich dachte gerade, das Spielwerk gekackt. Äh. Hail. Der große Hail. ist tot. Also, das war jetzt nicht gerade beeindruckend. Aber, oh mein Gott. Ich muss sagen, ich fand jetzt den Kampf gegen Hail fast enttäuschend, muss ich sagen. Also, ich weiß auch nicht. Ich hab da irgendwie mehr erwartet. Vor allem dachte ich halt, das wär jetzt so der letzte große Kampf. Aber im Grunde war es ja jetzt eher so, rennen ganz schnell vor dem Weg und dann schießt er jetzt zum Abschluss nochmal selbst. Das hier ist wesentlich schwerer als der Endkampf. Das ist ja voll kacke. Da muss ich ja jetzt tatsächlich hier langsam vorgehen. Ja komm, hier. Der Kopf ist eh ab. Geh mal weiter. Kara, Marauder, Händler, bekannt für irgendwas. Müssen wir das zwar nicht kaputt machen, machen wir. Ich sollte echt diesen Blitz mehr benutzen. Ich mein, gerade dieser Blitz tötet die Menschen ja unheimlich schnell. Also, kann man ja echt nichts sagen. Vor allem, der markiert ja auch, wenn ich das richtig gesehen hab, mehrere gleichzeitig. Abflug. Shit. Die Dinger sind echt scheiße. Die machen doch richtig Schaden. Na komm. Okay. Down. Geht doch. In Deckung, Deckung, Deckung. Okay, jetzt können wir weitergehen. Ich treffe sogar, wenn ich einfach so schieße irgendwelche Leute. Das ist richtig geil. Komm her und tschüss. Geht das kaputt? Ja. Nein. Doch. Geht. Hammer. Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht mehr. Okay, hier muss ich lang. Oh, überall diese Viecher, Mann. Geht down. Okay. Das ist schon mal explodiert. Das hier sollte eigentlich auch kein Problem sein. Hatten die ein Glück auf der Brücke. Tschüss. Scheiße, in Deckung. Wir müssen hier rauskommen. Bleib doch in Deckung. Und was ist mit dir hier? Krampe. Du Arschkrampe. Geh mir nicht auf den Sack. Genauso wie da oben diese Brücke. Komm her. Komm. Feuer. Weg mit der Brücke. Macht doch keiner. Bam. Und tschüss, Auto. Herrlich. Einfach den Weg freisprengen. Erstmal um den hier kümmern. Der scheint ja echt ein sehr großes Problem mit uns zu haben. Beziehungsweise wir haben ja komischerweise mit den Viechern ein ganz großes Problem. Auch geil. Ich hab gar keins von beiden kaputt gemacht. Also wenn man mit dem Ding nicht direkt trifft, dann ist das auch echt nutzlos. Hier ist noch einer. Jo, kam gar nichts zustande oder wie? Und Feuer. Ach, guckt euch das an. Wie süß. Ich wäre da schon längst weggerannt. Und hätte mir selbst die Kugel gegeben. Ich meine, guckt euch das mal an hier. Die haben ja gar keine Chance. Aber ich muss auch hier lang. Okay. Das ist wahrscheinlich einfach, um zu zeigen, ey, wir können immer noch kaputt machen. Und das immer noch gut darstellen. Ich glaub kaum, dass das jetzt, dass hier überall die Häuser stehen, wirklich den spielerischen Wert fördert. Komm, Kollege, Abflug. Oh, 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 jetzt wird's wieder kritisch. Mit dem Schaden hier. So. War hier nicht noch einer? Keine Ahnung. Wir laufen einfach weiter. Ich meine, der kann uns ja eh nichts anhaben, wenn das nur so ein normaler Fußstück ist. Fußsoldat ist. Ach, guck mal. Abflug. Ach, ich muss sagen, also, man fühlt sich schon sehr mächtig in dem Spiel, wenn man diese ganzen Waffen hier hat. Ich persönlich muss sagen, einmal reingelatscht. Äh, ich muss sagen, es gibt manche Waffen hier, die gefallen mir sehr gut. Und manche davon sind auch so scheiße irgendwie. Fangen wir damit an. Lad mal kurz auf. Und Feuer. Oh, jetzt kommen ja noch die ganzen Monster raus. Oh, wie viel Feuerviecher hier sind. Aber die gehen auch relativ schnell kaputt. Und tschüss. Ah, hier kann man schon recht locker durchmarschieren. Ich sehe gerade, wir haben 15 Minuten. Ich müsste eigentlich mal einen Schnitt machen. Das mache ich jetzt auch. Ich werde hier noch kurz aufräumen. Ich werde hier noch die Nester zerstören. Und die kleinen Dioten hier. Abflug. Okay. Dann kümmern wir uns noch um die hier. War jetzt noch ein Nest, was ich übersehen habe. Nee. Aber wir können... Doch, wir können. Ich dachte gerade erst, wir können hier nicht weiter. Oh. Einer von den ganz Dicken. Die wir aber auch, denke ich mal, ohne Probleme noch fertig machen können. Abflug, du stinkst. Ja, komm. Deca, kein Problem. Die sind fertig. Ab dafür. Perfekt. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt. Ist hier vorne nicht vielleicht sogar ein Kontrollpunkt. Könnte hier nicht mal ein Checkpoint sein. Also ich fände es super, wenn jetzt hier so ein Kontrollpunkt wäre. Kann ich die nicht einfach platt walzen? Nö, das geht nicht. Das finde ich ja doof. Okay, die sind platt. Problem ist, ich weiß auch nicht, wann jetzt der Checkpoint der Meinung ist. Äh, ja, komm, weißt du, wir speichern jetzt mal. Aber ich glaube, da vorne das Ziel mache ich jetzt noch. Das muss jetzt einfach sein. Okay, der Dicke ist erledigt. Dann gucken wir kurz, was da vorne ist, weil das scheint ja unser Ziel zu sein. Ich glaube, wir müssen sogar damit fliegen. Hier ist irgendwo ein dicker Gegner. Ah, hier. Ach, so ein Gigant, den nennt es das. Wahrscheinlich können wir dann erst das Ziel erfüllen, wenn wir den hier fertig gemacht haben. Ab dafür. Jetzt aber. Oh, ich hasse das. Bin Waffen nachladen müssen. So, weg. Okay, tut. Schafft. Okay, perfekt. Dann lassen wir das jetzt durchlaufen und dann mache ich einen Cut. Hm. You sure she's in there? Archivist are like monks. They never leave their chapels. Noella? 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 Found her. Oh, no. Are you sure she was the only one who could access the Altor mainframe? It's over. Maybe not. Sam. It is a hollow recording unit registered to the Archivist Noella. With 70 hours of data. The unit is a hollow recording unit registered to the Archivist Noella. The unit is damaged. Data recovery will be difficult and time consuming. But not impossible. Already processing. Shall we? Yeah, she has a hollow recording unit the whole thing. The Archivist Noella ran off. It was a nightmare to go.